Herzlich Willkommen zu einem weiteren Vlog Video von mir. Es ist Fasching und wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Untermachtal und da ist heute ein Faschingsumzug und meine Tochter läuft da heute mit und das gucken wir uns jetzt mal an. Den Phantom haben wir auch eingepackt, mal gucken ob es vielleicht gibt es ein paar Luftaufnahmen aber den Weg dahin, den darf ihr auf jeden Fall jetzt mal mitfahren, da wünsche ich euch mal auf jeden Fall. Musik Hey 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 oh that's my funny It's my date Hot Jennifer It's so easy The minute boredom A hot MLS Fran luxus But without you today Throw something Auslaut! 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 Nicht armed, nicht única. Oh Gott, oh Gott. Was hat immer hier? Was ist das? Das ist ein Topf! Vielen Dank! Der ist aber schwer! 22 Minuten Fisch Fisch Das war doch Ich war ja einzige Sicht Die I started to see this guys Mrs. Christian was Policyvereign Nimm jetzt den ruhig mit! Hände dahinter auch! Miau mitnehmen! Pumper! Alte! Alte! Pumper! Fynn! Hallo! Fynn! B felt a good luck, dude. Eingles! I'm going to get ride! And I'm going to get ride! I can get rode! Get a ride! Get on the ride! Get ride! Get chill! RAAAA CASSING NOIS Get a ride! Das ist ein Video, wir müssen nicht bewegen. Das war's für heute. fahrrad Das tut man doch nicht in der Effetigkeit. 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 Vielen Dank.